Wann hast du das letzte Mal so richtig von Herzen gelacht? Wann hast du das letzte Mal aus Naturgegenständen irgendwas Kreatives gebaut? Wann hast du mal spontan einfach alles stehen und liegen gelassen und bis einfach auf einen Abholschlitz und eine spontane Party gefahren? Ist das schon eine Weile her? Dann bist du hier genau richtig, denn heute lernst du, wie du dein inneres Kind mit diesem Sex, mit Boden und auch Dingen aktivierst und gleichzeitig auch dein erwachsenes Ich fürsorglich und in Einklang mit dir bringen kannst, damit du ein Leben voller Leichtigkeit, Erfüllung und genauso aber auch mit vollem Potenzial leben kannst. Schön, dass du da bist. Zweite Folge der neuen Staffel. Ich will es jetzt nicht mal Staffel nennen, wir sind ja jetzt bald bei 100 Folgen. Aber 2023. Dementsprechend schön, dass du da bist. Kurz nochmal als Reminder, sonst kannst du direkt vorspulen, Pia Bauer, systemischer Coach in München und online, Business-Trainerin für emotionale Intelligenz, Podcasterin hier im Fully Connected Podcast. Und deswegen wünsche ich mir super, super gern von dir ein Like sowie eine positive Bewertung, damit einfach diese Algorithmen diesem Podcast ein bisschen Schub geben. Das wäre super, super schön und dementsprechend schön, dass du da bist. Alle Infos gibt es immer unten. Und wenn du Fragen hast, bin ich auch jederzeit per E-Mail oder auch auf Instagram, piabauer.coaching, erreichbar. Wenn du noch nicht weißt, von was ich spreche, dann hör dir vor allem die Folge vorhin an, also die vorherige Folge. Dort kläre ich erstmal auf, was das innere Kind ist, was die Transaktionsanalyse ist, das Eltern-Ich und das Erwachsene-Ich. Denn es ist immer gut zu verstehen, wer ist gerade in dir aktiviert und wie gut und nicht so gut gehe ich denn mit mir um. Ist gerade so ein spontanes, rebellisches Ding in mir gerade aktiviert? Kann ich meine Emotionen überhaupt nicht mehr regulieren? Haben die die Übermacht genommen? Oder ist eher mein kritisches Eltern-Ich gerade unterwegs, was mir Normen und Regeln aufsetzt? Ich muss so und so aussehen. Ich darf keine Grenzen setzen. Ich muss mich stark im Job anpassen. Ich muss zu allem Ja und Amen sagen. Ich muss perfekt sein und so weiter und so fort. Oder auch mein Eltern-Ich, mein erwachsenes Ich, welches entweder nett zu mir ist oder nicht so richtig die Verantwortung für die beiden da, Eltern und inneres Kind-Ich übernimmt und dementsprechend eben das Ganze so ein bisschen ausgleitet und man das Gefühl hat, dass man nicht selbstfürsorglich und auch nicht selbstbestimmt lebt. Und darum geht es heute. Ich möchte dir sechs Punkte mitgeben, wie du dein inneres Kind jetzt nämlich aktivieren kannst. Und wir starten mal mit der Vorstellung eines Kindes. Und ich glaube, das ist gar nicht so schwer. Und wenn du dich jetzt einmal kurz zurückerinnerst an dich als Kind, also vielleicht fällt dir eine positive Situation ein, an welche du dich zurückerinnern kannst. Denk mal so weit wie möglich. Vielleicht kannst du dich aber auch an so Bilder von dir erinnern. Oder du hast schon eigene Kinder oder du hast nicht nur Neffen oder sonst irgendjemand im Freundeskreis. Und wenn du dir dieses Kind vorstellst und auch nochmal vielleicht auch dich selbst dann dabei reflektierst, dann ist ein Punkt wichtig, was Kinder gut können. Kinder sind, wenn sie spielen, immer enorm im Moment. Die Achtsamkeit, dieses im Hier und Jetzt sein, sich auf eine Sache aufmerksam zu konzentrieren, dabei nicht sich zu verurteilen, egal wie nachher dieses Lego-Gerüst aussieht, und das ist eine große Stärke, was Kinder haben. Sie haben noch diese Achtsamkeit. Und gleichzeitig eben auch diese Selbstfürsorge, die damit einhergeht. Sie sind zufrieden in diesem Moment und wissen aber gleichzeitig auch, wann muss ich jetzt essen, wann bin ich müde und werden dadurch vielleicht auch ein bisschen emotionaler. Aber sie folgen dem. Das heißt, durch diese Präsenz sind sie aber auch bewusster darüber, was sie brauchen, was ihre Bedürfnisse sind. Und du kannst dich mal fragen, wie sieht es denn mit deiner Achtsamkeit aus? Das heißt, wie selbstfürsorglich bin ich denn gerade? Merke ich überhaupt, was ich für Bedürfnisse habe? Das kann nur schon von genug trinken, über physische Bedürfnisse, über genug essen oder das richtige Essen sein. Hin zu emotionalen Bedürfnissen, brauche ich eigentlich mal jemanden, der mich in den Arm nimmt, muss ich mich mal selbst in den Arm nehmen. Hin zu auch Handlungen. Sollte ich mal wieder in Sport gehen? Sollte ich diesen Job verlassen, der mich jeden Tag unglücklich und krank macht? Und diese Achtsamkeit brauchen wir einfach mal wieder durch zum Beispiel Atemübungen oder generelle Achtsamkeitsübungen, also Sinnesaktivierungen, in den Alltag zu bringen. Es ist leider wie eine neue Sportart Lernen. Achtsamkeit muss halt regelmäßig trainiert werden, aber ist eines der wichtigsten und besten Tools, die es hier gibt. Und ich würde mich mal am Atem vielleicht entlanghangeln. Das ist so eines der schönsten Achtsamkeitstools oder den Bodyscan zum Beispiel. Der zweite Punkt ist, dass Kinder ihren Gefühlen Lauf geben oder Raum geben. Und du kennst es sicher auch, wenn du dir ein inneres Kind vorstellst. Es gibt ein lautes Lachen, du weißt gar nicht, wegen was sie da fasziniert und überrascht sind. Es gibt aber auch sehr wütende Episoden. Es gibt einen Frust, wenn sie vielleicht schon wieder beim Versuch zu laufen hinfallen. Aber irgendwie stehen sie ja doch wieder auf und machen halt weiter. Also sie können das auch sehr schnell wieder vergessen. Aber sie geben den Gefühlen Raum. Und man kann einerseits sagen, das ist sehr impulsiv, ja. Aber sie lernen erstmal nicht, die Gefühle beiseite zu schieben, was wir zum Beispiel oft gelernt haben. Und diesen Gefühlen Raum geben, das heißt also eine gewisse Trauer nicht wegzuschieben oder einen gewissen Frust nicht wegzuschieben oder eine gewisse Wut. Und ich kenne das auch in Situationen, wo ich dann einfach über die Situation hinweglächle, aber schon auch ziemlich wütend bin, es vielleicht nicht rauslasse oder auch über ein paar Dinge, was zum Beispiel meinen Rücken betrifft, sehr frustriert bin. Ich bin zum Glück schon wieder im Optimismus, aber es gab einfach Situationen, da hat es mich tief traurig gemacht, dass mein Rücken gerade nicht so richtig mitmacht. Und für die Neuen hier, ich bin normalerweise sehr sportlich unterwegs, ich liebe Sport. Und ja, deswegen ist es auch sehr frustrierend für mich. Dementsprechend, also den Gefühlen Raum zu geben, das kann man auch ganz gut machen, indem man weiß, 90 Sekunden hält eigentlich so eine Emotion an, wenn wir ihr Raum geben. Das ist wie durch so einen Tunnel durchfahren. Am Ende des Tunnels ist ein Licht. Es braucht auch manchmal länger, wenn es, sag ich mal, sehr gravierende Situationen sind. Aber im Moment ist es meistens sogar die heilendere Option, sich tatsächlich auch mal mit den Emotionen deswegen auseinanderzusetzen. Dabei kommt teilweise nicht immer auch die Intuition zum Tragen. Die Intuition ist bei Kindern natürlich auch sehr stark. So, ah, sie wollen jetzt was kreieren. Oh, sie wollen jetzt da und da hinlaufen. Also sie folgen halt einfach so einem Schmetterling. Und trotzdem intuitiv wissen sie schon auch, wer gehört zu mir, wo fühle ich mich wohl. Sie sind energetisch einfach sensibler und merken, was ist denn gerade los. Also sie merken auch, wenn das Elternkonstrukt, und das merken sie super, super früh, das können sie vielleicht noch nicht äußern, aber die nehmen doch alles auf, was so disharmonisch und dissonant ist, was da im Außen passiert. Dementsprechend ist es ja auch so wichtig, nichts vorzuspielen, aber trotzdem für einen sicheren Haushalt und eine wertschätzende Kommunikation, weil das meiste geht eben über Kommunikation auch in Form von Gestik und Mimik, also auch Lächeln und Empathie, dort auch einen sicheren Rahmen zu schaffen. Der dritte Punkt ist, mal wieder kreativ zu sein. Kinder können aus den kleinsten Dingen, also wenn ihr sie mal beobachtet, aus einem Holzstock, Simsalabim, Zauber, Lehrling, was auch immer, spielen. Sie können aus Naturgegenständen oder Legos eine Welt erschaffen. Die Kreativität hat da gar keine Grenzen. Sie sind sehr fantasievoll. Und wir denken es nicht, dass wir das im Erwachsenenalter noch brauchen oder sagen immer, ja gut, die, die halt singen und malen und tanzen, das sind so die Kreativen. Nee, jemand, der eine Präsentation baut oder eine Excel-Liste erstellen muss, in der Buchhaltung, im Controlling, im Accounting, braucht diese Kreativität genauso. Wir brauchen ständig Kreativität. Ich brauche Kreativität, diesen Podcast zu machen oder Kreativität, welche Methoden ich im Coaching, im 1-zu-1-systemischen Live-Coaching einsetze. Ich habe einen riesen Werkzeugkoffer und je nach Zielsetzung, nach Situation, nach Handeln, nach Gefühlen, darf ich darauf zurückgreifen und auch diese wieder kreativ anpassen, weil jeder Mensch ist individuell. Übrigens, wenn du Infos dazu brauchst oder auch dich für ein systemisches 1-zu-1-Coaching interessierst, gibt es immer ein erstes kostenloses Gespräch, 40 Minuten und den Link findest du dafür unten. Du kannst einfach einen Online-Termin ausmachen. Es kann aber auch ein persönlicher Termin in München sein, am Kolumbusplatz. Also, Kreativität. Melde dich doch einfach mal wieder bei einem Töpferkurs an oder setz dich mal mit deinen Freunden hin, anstatt essen zu gehen, geh dir mal zu einem Malkurs. Egal, wie gut oder schlecht ihr seid. Es ist so enorm schön, mal wieder auf ein Konzert zu gehen, sich einfach auch diese kreative Stimmung walten zu lassen und trotzdem auch wertzuschätzen, dass du kreativ bist. Der vierte Punkt ist, Kinder sind ganz gut darin, sich einerseits durchzusetzen und auch andererseits Grenzen zu setzen. Wenn mal ein Kind wirklich etwas will, dann kann es den ganzen Supermarkt zusammen schreien. Das wisst ihr wahrscheinlich. Vielleicht habt ihr es selbst erlebt. Ich glaube, ich war anscheinend so ein Stampferkind. Das heißt, wenn ich was nicht bekomme, habe ich so auf dem Boden rumgestampft und war dann immer so eingeschnappt, aber laut eingeschnappt. Und das brauchen wir natürlich als Erwachsene nicht mehr. Jedoch verlernen wir ganz oft, dass wir auch mal Nein sagen dürfen oder dass wir sozusagen die inneren Grenzen setzen dürfen. Also sei es energetisch, mal so ein innerer, so die Hand heben und Stopp zu sagen für gewisse Menschen, die uns nicht gut tun. Aber da auch manchmal harte Grenzen zu ziehen. Und das hilft sozusagen da auch enorm, seinen Bedürfnissen zu folgen. Also wenn ihr zum Beispiel das positive Nein, das kann ich auch in einer anderen Folge nochmal erklären, das positive Nein ist, warum kann ich zu einer Sache nicht Ja sagen? Wenn ihr eurem Gegenüber erklärt, ich kann heute Abend nicht mit zum Essen kommen, da ich wirklich nach mir schauen muss, damit meine Energie wieder hochkommt oder hochgeht oder ich wieder in meine Energie komme, dann ist es ein Nein zum Abendessen, aber ein Ja zu deiner Energie. Und ja, manchmal müssen wir uns aufraffen, das ist auch einfach so, weil manchmal schreit auch dieses Netflix-Ich. Das ist sicher auch nochmal ein anderes Ich. Jedoch, manchmal geht es auch einfach wirklich nicht. Der nächste Punkt ist Leichtigkeit. Und wenn ihr mal Kinder anschaut, mit welcher Sorglosigkeit sie durchs Leben gehen, da ist noch nicht der Klimawandel, die politische Krise, Fachkräftemangel, was auch immer alles gerade für Krisen im Außen herrschen, dementsprechend geht es auch vielen nicht so gut, weil wir nur noch in Krisen leben. Jedoch, diese Sorglosigkeit hilft uns auch wieder eine gewisse Leichtigkeit, was sich die meisten von uns wünschen, genauso ich, wieder ins Leben zu bringen. Und diese Sorglosigkeit darf auch manchmal sein, indem ich zum Beispiel meine Sorgen mal aufschreibe und mir eine 20 Minuten Sorgenzeit gebe. So alles an Sorgen aufschreiben, durchleben und dann aber auch wieder das Papier mal zur Seite legen. Vielleicht auch nochmal aufzuschreiben, dadurch, also auf ein zweites Papier oder drittes Papier aufzuschreiben, was sind denn Sorgen, die ich angehen kann und was sind irrationale Sorgen, die einfach da sind, weil im Außen so viel herrscht. Vielleicht ist es auch dann dadurch ein bisschen besser, dann vielleicht mal den Medienkonsum etwas runterzuschrauben, weil dort wird das natürlich alles immer hochgeprodelt sozusagen. Und dann auch mal die irrationalen Sorgen vielleicht mal zu verbrennen und die Sorgen, die du angehen kannst, in einen Plan umwandeln. So fühlst du dich wieder selbstbestimmter und machtvoller in diesen Dingen und dann darf die Leichtigkeit auch wieder reinkommen und die kannst du durch die vorherigen Punkte auch wieder aktivieren. Aktivieren heißt nämlich auch, wieder Spaß, Humor und Freude zu aktivieren. Einfach mal wieder spontan irgendwas Lustiges zu machen. Ich sage jetzt nicht, lehnt euch unbedingt am Alkohol an oder lehn dich am Alkohol an. Es kann mal lustig und gut sein, aber nicht als Strategie, sage ich mal. Für Spaß und Humor. Sondern so eine Leichtigkeit kann man auch einfach mal leben, indem man mal rumblödelt. Wir waren jetzt letztens auf einer Comedy-Show und es hat sich so gut angefühlt, einfach zwei Stunden sich tot zu lachen. Also wir wissen eben auch, dass wir beim Lachen nicht negativ denken können. Deswegen Spaß, Spiel, Humor, mal einen Spieleabend mit Freunden zu machen. Weg von der Kiste, weg vom Alkohol, weg von Konsum. Dass es auch viel Freude bereiten kann. Wir haben letztens auch eine Olympiade mit Freunden gemacht. Jeder hat fünf Spiele vorbereitet. Also sowas wie Sockengolf und Flipcup-Challenge. Also das muss auch nicht mit Alkohol sein. Oder Ditchen von Steinen in die Isar. Oder Distanzenraten auf Google. Also ganz kreativ. Braucht auch keine Ressourcen. Nicht viel Gedanken. Und das haben wir einfach mal sieben Stunden lang gespielt. Und wir waren so glücklich. Genau. Das Spiel und Spaß. Und der letzte Punkt ist, Kinder sind enorm neugierig und haben diesen Beginnergeist. Und mal an die Dinge wieder mit einem neuen Blick ranzugehen. Es kann sein, dass du einfach mal nur eine Station früher aussteigst. Und mal einen ganz anderen Block abläufst, den du normalerweise gelaufen bist. Es kann sein, dass du dich bei irgendeinem Online-Kurs, was dich schon ewig interessiert hat, und es mal anmeldest und mal machst. Sei es Malen, sei es Sketchnotes, sei es Singen. Also es gibt ja wohl genug Dinge, eine neue Sportart. Einfach mal oder mal nur in ein anderes Yoga-Studio zu gehen. Und diesen Beginnergeist zu haben, ohne sich zu bewerten und diese Neugier an den Tag zu bringen, das hilft auch zu wachsen. Und das Wachstum hört nie auf. Wir werden nie an den Punkt kommen, wo wir eigentlich nicht mehr wachsen. Aus dem Gehirn meistens heraus, so aus dem intellektuellen, rationalen Gehirn, wünschen wir uns manchmal so Stabilität. So, jetzt bin ich erwachsen, jetzt muss ich nicht mehr wachsen. Aber unser Inneres, wir sind eben auch ein pflanzliches Wesen, möchte immer wachsen. Und dazu gehört eben diese Neugier dazu. Das heißt, erlaubt dir eben dieses Wachstum auch. Oder schau dir Dinge mal mit einem neuen Blickwinkel an. Diese sechs Punkte helfen dir, dein inneres Kind wieder zu aktivieren. Gleichzeitig ist es enorm wichtig, auch dein Erwachsens-Ich natürlich gut kennenzulernen. Das kannst du nochmal bei der vorherigen Folge anhören, für was es zuständig ist. Und gleichzeitig in Einklang zu bringen. Ich habe in der letzten Folge gesagt, das Erwachsene, ich ist eigentlich die Person oder dieses Innere, dieser innere Anteil, der am Steuer sitzen sollte und fürsorglich für alle Anteile und Erwartungen, Handlungen, Gefühle und Gedanken im Leben sozusagen am Steuer sitzt und die richtig gut verteilt. So, hey, jetzt muss man das innere Kind wieder ein bisschen Liebe, Mitgefühl, Freiheit, Achtsamkeit und Fokus bekommen, anstatt dieser funktionierende Perfektionist und Antreiber und Macher, der da immer mit der Peitsche sozusagen dasteht. Und dieses Erwachsene-Ich zu stärken, funktioniert immer sehr gut, indem man sich erstmal dem freien Selbst bewusst wird. Und dieses Bewusstsein ist eine Form von Haltung. Vielleicht hast du schon mal von der Berghaltung im Yoga gehört. Ich arbeite immer viel mit Haltung. Und wenn du einfach mal deine Füße hüftbreit aufstellst, stell dich mal am besten hin. Also wenn du Auto fährst, natürlich nicht. Füße hüftbreit aufstellen. Dir vorstellen, deine Füße bauen wie so Wurzeln in den Boden. Dann spann leicht deine Oberschenkel an, streck deine Beine und auch dein Gesäß, sodass du wie so eine Stabilität, wie so ein Baumstamm am unteren Körperteil befindet, sich befindet. Und dann öffnest du mal deinen Oberkörper, deinen Herzbereich, indem du deine Schultern zu den Ohren ziehst und dann wie so Wasserfälle dein Rücken hinunter fließen lässt. Drehe nochmal die Handinnenflächen nach vorne, da wo du gerade hinschaust und bewege dich mal wie so ein Baum, so leicht im Wind von rechts nach links. Und du merkst, du hast Stabilität in deinem Bein, du hast deine Wurzeln in den Boden geschoben und gleichzeitig hast du diese offene, fürsorgliche Haltung. Also du bist sozusagen bewusst in einer fixierten Haltung, ohne, sag ich mal, diese Leichtigkeit durch diese Windbrise, diese Offenheit, diese Freiheit, diese Autonomität im Oberkörper zu verlieren. Und diese Haltung des Erwachsenen-Ichs sollte auf einer Seite sozusagen so dieses ich halte auch mein inneres Kind, ich lasse es mal frei sein und auf der anderen Seite manage ich mich gut im Sinn von ich tue das, was mir gut tut, aber ich habe auch eine gewisse Disziplin und einen Fokus und auch Ziele im Leben, die mir aber gut tun, ohne mich die ganze Zeit in der Balance sozusagen fertig zu machen, sondern diese Balance wieder zu gewinnen. Das heißt also hier auch nochmal die Balance und diese Festigkeit und Standfestigkeit in der Haltung einnehmen. So kannst du so ein Gefühl mit dieser Verbindung des Erwachsenen-Ichs einnehmen. Und dann geht es eben eher darum, weil die meisten, wenn ich sie so im Coaching anschaue, aktivieren zu wenig auch ihr inneres Kind, geben aber auch aus dem Erwachsenen-Ich so diese Fürsorge und suggerieren auch so dieses Hey, ich sehe dich, ich höre dich, ich halte dich und ich fühle dich. Ich verlinke dir dann noch unten eine Meditation, die ich auch hier schon im Podcast aufgenommen habe, um mit deinem inneren Kind in Verbindung zu kommen und deinem Erwachsenen-Ich. Solltest du hierzu Fragen haben oder dich mal mit deinem inneren Kind und mit mir sozusagen verbinden, um es zu entdecken, um es zu heilen, dann melde dich sehr gerne für ein kostenloses Erstgespräch. Unten stehend ist der Link. Und wenn du keinen Termin findest, einfach eine E-Mail schreiben und dann wünsche ich dir jetzt tolle zwei Wochen. Bis dahin alles Liebe, deine Pia. Tschüss.